Und nochmal, auf geht's und laufen. Jawohl, das machst du gut. Bleibst du gut? Laufen, 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 laufen. Ja, klick, super und Pause. Kurze Verschnauzpause für die zweijährige Wolfshundin Anouk. Sie hat heute schon fleißig trainiert, und zwar im neuen Weseler Hundefitnessstudio Fit4Dogs. Da ich die Hundephysiotherapie schon seit langem in Anspruch nehme und ganz viele Kundenhunde habe, die physiotherapeutisch begleitet werden, war es mir eine Herzensangelegenheit, denen eine Plattform zu bieten, um die physiotherapeutischen Übungen auch gezielt und in kleinen Intervallen hier zu vollziehen. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen sowas aufmachen, es gibt es noch nicht. Dann wärmt euch ein bisschen auf, erstmal so durch die Halle auch laufen, ein paar Drehungen und Wendungen. Guckt mal, dass die Hunde bei euch sind, mit Futter belohnen. Der Anouk gefällt es ziemlich gut, also die ist sowieso ein sehr gelehriger Hund, die arbeitet auch sehr gerne, die bewegt sich gerne und es macht ihr schon viel Spaß hier, das merkt man schon. Sie freut sich, wenn wir hier reinkommen, sie probiert alles aus. Sie ist jetzt auch kein ängstlicher oder zurückhaltender Hund, sondern ist motiviert dabei. Motiviert dabei ist auch Australian Shepherd Dame Dallas. Und auch wenn es auf dem Laufband noch nicht ganz so gut klappt, laut Frauchen gefällt ihr der Fitnessstudio-Besuch an sich aber sehr gut. Macht er für sein Leben gerne. Ich muss ihn da manchmal bremsen, weil er dann zu viel machen will. Ja, und nach 20 Minuten, dann merke ich auch zu Hause, ist er auf seiner Decke und ist zufrieden mit sich selber. Und darum geht es auch, es ist hier kein Leistungszentrum für den Hund, dass die immer schneller, höher, weiter sollen, sondern es sollte ein gezieltes Training sein, wo ich langsame Bewegungen auch fördere. Gerade die Border Collies, die sind ja Hunde, die schnell und hektisch sind und wir wollen das langsame, bewusste Training fördern, damit sie im Alltag auch bewusst und entspannt und ruhig sind. Man sieht jetzt schon, Dallas läuft etwas unsicherer hinten und das schult man halt auch. Körper wahrnehmen, bewusstes Setzen der Pfoten, was Hunde gerade mit der Hinterhand nicht gut können. Die wissen gar nicht, dass sie Hinterpfoten haben, wenn man das nicht trainiert. Und wie läuft es gerade bei Anouk? Sie gönnt sich erstmal eine kurze Auszeit vom Training. Doch Gassi wird heute trotzdem noch gegangen, denn der Fitnessstudio-Besuch ist eben nur eine Ergänzung. Und dass es natürlich nicht die Spaziergänge ersetzen soll, wir wollen hier ganz bewusst Krankheiten vorbeugen, Muskeln aufbauen und die Koordination und Ausdauer der Hundeschulen. Viele Kunden haben ja auch einfach gar nicht die Möglichkeit, das zu Hause zu machen. Und hier ist es auch nochmal unter geschultem Personal. Das heißt, hier kriege ich ganz genaue Anweisungen, wie kann ich meinem Hund welche Muskeln aufbauen. Das sind jetzt wie so Kniebeugen für den Hund. Wieder ein Steh, ruhig nochmal drauflocken. Laut Jana Beuthus Gotzei sollten gerade große, schwere und alte Hunde ihren Muskelaufbau und ihre Beweglichkeit trainieren. Aber auch für junge Vierbeiner sei das Fitnessstudio eine geeignete Adresse, um Verletzungen vorzubeugen und um die Bindung zwischen Hund und Mensch zu stärken. Und dabei haben manche Hunderassen auch mal ein Lieblingssportgerät. Wir haben ganz viele Hunde, gerade so die Terrier, die gerne turnen und mit dem Körper aktiv sind. Die finden das manuelle Laufband total klasse. Die sind da drauf und fangen direkt an zu laufen. Die meisten Hunde fangen aber an, mit den Cavalettis da drüber zu laufen. Das ist am einfachsten für die. Einfach starten und dann langsam steigern. Das wird im Fit4Dogs groß geschrieben. Und dann darf Freischnauze alles einmal ausprobiert werden. Das wird im Fit4Dogs groß geschrieben.